Bei einem Unfall zwischen einer Pferdekutsche und einem Auto sind heute Nachmittag in Immenstadt im Allgäu fünf Menschen verletzt worden. Auf einer Landstraße hat das Auto mit hoher Geschwindigkeit die Kutsche gerammt. Die vier Insassen, die in der Kutsche saßen, wurden auf die Fahrbahn geschleudert. Drei von ihnen wurden schwer verletzt. Das Pferd und der Autofahrer hatten leichte Verletzungen.